So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Es ist Montag, der 24. Juli 2023 und wir wollen einen ersten Blick auf eine PACT-Agenda-Woche werfen. Wir haben diverse Leitzinsentscheidungen, ja, Notenbankentscheidungen rund um die EZB, rund um die FED. Mittwoch FED, Donnerstag die EZB. Wir haben darüber hinausgehend Big Tech Earnings, die hier anstehen. Wir haben eine Microsoft, wir haben eine Google, beispielsweise die morgen, also am Dienstag, nachbörslich Zahlen vorlegen. Wir haben Meta, Facebook, dann am Mittwoch nachbörslich. Darüber hinausgehend auch noch diverse andere Unternehmen, die entsprechende Zahlen vorlegen, sei es eine Snap, sei es eine Teladoc beispielsweise. Und ja, nichtsdestotrotz, wir haben heute wahrscheinlich einen relativ unspektakulären Start in die Handelswoche zu erwarten. Und ich könnte mir vorstellen, das wird sich bis Mittwoch auch sofort schreiben. Denn wir müssen auf Impulse warten. Wir brauchen frische Impulse. Der eine oder andere wird den Blick auf den DAX gehabt haben. Wir wollen heute Folgendes machen. Wir wollen mal diverse Märkte durchkämmen oder beziehungsweise durchswitchen, an dieser Stelle durchklicken. Und einfach eine Idee liefern, wo es Ausbrüche geben könnte, eventuell. Aber auch relativ deutlich erkennen, dass es vielleicht heute sich anbietet, so ein bisschen die Füße stillzuhalten. Und das mentale Kapital in Anführungsstrichen zu schonen. Das mentale Kapital dahingehend, dass man eben dann mit vollem Fokus in der Lage ist, auf die entsprechenden Action-Events zu reagieren. Und nicht vorher sich schon vielleicht den einen oder anderen Cut holt. Bei, ja, un- oder vermeidbaren Trades vielleicht an dieser Stelle, die keinen wirklichen Vorteil versprochen haben. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Visa und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter. Teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel sich mit diesem Produkt für einen eignet. Bevor man, oder beziehungsweise dann, wenn man den Handel getestet hat, in einem Demokonto, Fragen haben sollte, hat man natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend ein Livekonto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich, vollständiger Risikohinweis ganz besonders, findet man auf xdb.com.de. Darum hinaus geht es gerne, die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen an den Kundensupport, der euch börsentäglich zur Verfügung steht. Anrufen, wie gesagt, Kontoeröffnungsfragen oder auch Fragen rund um die X-Station oder Fragen rund um die Produktpalette usw. Wie gesagt, da steht euch der Kundensupport gerne zur Verfügung. In eigener Sache, es ist ein rein edukatives, informatives Event. Es ist keinerlei Anlageempfehlung, die ich hier ausgebe oder dergleichen. Bitte das nicht missverstehen. Wir haben also hier an dieser Stelle die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sicherlich auch unterhalb des Videos, falls wir diese aufkommen sollten, die ich gerne beantworte, wo ich Ideen formuliere, wie man auch die Märkte angehen könnte. Aber bitte, wie gesagt, versteht das als rein informativ, edukativ. Macht euer eigenes Research und trefft die Trades basierend auf eurer eigenen Einschätzung. Kurz zu xdb, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, die findet ihr hier einmal aufgeführt in der Mitte. Darüber hinausgehend auch gerne auf der Webseite einmal schauen. Und wenn ihr euch schon bereits einen Blick darüber habt verschaffen können, wie xdb als Broker so ist und was ihr von xdb als Broker haltet und sagt, das ist ein cooler Broker, dann würde sich xdb freuen, wenn ihr beim Brokervergleich zum Online-Broker 2023 eure Stimme für xdb abgeben würdet. Hier einmal den QR-Code scannen oder die URL eintippen und darüber hinausgehend von Brokervergleich verlost tolle Preise zu gewinnen an dieser Stelle. Und ja, dann wollen wir uns der x-Station widmen und einen Blick werfen auf diese. Und wie gesagt, im Hinblick auf den DAX erkennen wir schon bereits, wir sind in einer Range gefangen. Zwischen 16.100 Punkten auf der Unterseite und 16.300 Punkten auf der Oberseite. Und es ist meiner Einschätzung nach davon auszugehen, dass wir innerhalb dieser Range verharren dürften bis Mittwoch. Vielleicht sogar dann bis Donnerstag. Also dass wir erst am Donnerstag den frischen Impuls oder Mittwochabend diesen frischen Impuls zu sehen bekommen. Dass der DAX im Windschatten sich mit den US-Märkten eben, dass er diesen folgt. Mehr gibt es nicht zu sagen zum DAX. Also wir haben oberhalb von 16.300 einen Vorteil auf der Long-Seite. Das Potenzial würde freigelegt Richtung Allzeithochs. Dann wären entsprechend bullische Plays zu favorisieren. Brechen wir unter 16.100, wäre ein Retest dieser hier etablierten Aufwärtstrendlinie. Vielleicht ein Rutsch unter die 16.000er Marke zu erwarten. Solange wir aber nicht aus dieser Range ausbrechen und inmitten dieser verharren, sollten wir in Bezug auf Engagements, in Bezug auf den DAX sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. In Bezug auf die US-Märkte stellt sich der Modus nicht ganz so choppy seitwärts dar. Wir haben allerdings, ja, wir haben auch hier eine Konstellation, wo wir erst auf Impulse warten müssen. Wir haben den S&P immer noch relativ stark überdehnt auf der Oberseite. Mit jetzt einem Pull-In, der sich ja begann so ein bisschen heraus zu kristallisieren. Nicht ganz so dramatisch wie dann zum Beispiel hier im Nasdaq. Ja, dramatisch. Also auch das müssen wir so ein bisschen in Relation setzen. 2% Korrekturbewegung nach solch einem stark bullischen Lauf, sondern durch nicht Beschleunigung auf der Oberseite. Wir sind relativ scharf zurückgesetzt. Haben am Freitag nochmal die Tiefs angelaufen und auch unterschritten. Und nichtsdestotrotz allerdings erstmal hier im Bereich dieser relativ steilen Aufwärtstrendlinie im Falle des S&P, Entschuldigung, im Falle des Nasdaq und hier ist es im Falle des S&P, haben wir erstmal Halt gemacht. Mit Ausblick auf die FED und der gemeinhin Tendenz, dass die sich eigentlich bekanntlich aktienmarktfreundlich präsentiert, geht der Modus in die FED hinein, eher auf die Long-Seite. Also das heißt, wir schreiben diesen Modus dann aus dieser Perspektive nicht weiter fort auf der Unterseite, sondern sehen erstmal einen kleinen Bounce. Wobei diese Bounces dann natürlich auch die Frage sind oder aufwerfen, wie stark werden sie ausfallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da eher skeptisch. Gehen wir auf die untergeordneten Zeitebenen hier im Index-Bereich, im S&P, würde ich sagen, Orientierung sind die Tiefs von Freitag. Das ist ungefähr der Söderbereich, in dem wir jetzt aktuell, just in diesem Moment hier traden. 4.565 Punkte. Halten wir drüber, dann könnte es sein, dass wir nochmal eine Drift Richtung 4.580, vielleicht 4.590 zu sehen bekommen. Was allerdings schon zeigt, das sind 15, 20 Punkte, das ist maximal ein halbes Prozent in Bezug auf den Gesamtindexstand. Das stellt sich auch nicht besonders anders da im Hinblick jetzt auf den Nährstack, auch wenn das punkttechnisch natürlich in absoluten Werten eine größere Bewegung verspricht. Da ist eine ähnliche Betrachtung, dass wir sagen, halten oberhalb der Tiefs von Freitag, vielleicht dann einen Drive zurück Richtung 15.650, aber man sieht schon. Also die Handelsgelegenheiten, die sind überschaubar und nicht wirklich interessant, auch im Hinblick auf Einzeltitel zum Beispiel, sind die Plays überschaubar. Wenn wir jetzt eine Rivian zum Beispiel anschauen, ich hatte einen Swing Trade, den habe ich genommen von Donnerstag auf Freitag, in Erwartung eines Gap-Höhrs und eines Bruchs aus dieser Range auf der Oberseite, die Idee, die dem Trade zugrunde lag, war, dass ich sagte, okay, wir haben übergeordnet sehr, sehr schwache Vorgaben gesehen, Nährstack über 2% im Minus und Rivian über 3% im Plus für den Tag im Bereich der oberen Range-Begrenzung schließend. Und das hat mich dann dazu veranlasst zu sagen, ich antizipiere den Break in einer kleinen Position, also das war jetzt keine große Position, also kleine Position, ich antizipiere den Break, dass wir den auf der Oberseite zu sehen bekommen. Wir sahen dann auch einen kurzen Push in die 27, aber sind von der sehr hart abgeprallt. Ich habe die Position dann mit dem Markieren neuer Tagestiefs, Intraday-Tiefs, innerhalb der ersten halben Stunde war es, 20 Minuten vielleicht hier sogar, habe ich die Position gegeben, war nicht die schlechteste Idee, wir sind zurück in die Range gelaufen. Auch hier sehen wir in solch einem Titel beispielsweise, dass der Grundmodus sich bis dato neutral darstellt. Aber wir haben wenigstens klare Level, also wir wissen jetzt auf der Oberseite, wenn wir drüber gehen über die 27, halten, mindestens eine halbe Stunde würde ich sagen, haben wir Potenzial Raum bis Richtung 30. Die Range klappe ich einfach einmal auf der Oberseite auf, fallen wir auf der Unterseite unter die 23, 23,50 ungefähr, halten da eine halbe Stunde. Dann hätten wir beispielsweise entsprechend Potenzial zurück bis in Gefilde um 20. Auch einmal die Range nach unten aufgeklappt. Aber auch hier, wir haben ja den, die da kommen, also das ist jetzt ein klassisches Beispiel der Aktie, die ich gerade auf dem Schirm habe, eben für einen möglichen Breakout. Wir brauchen einen Impulsgeber und harren, wie gesagt, der FED, die am Mittwoch, so, da können wir hier mal ganz kurz einen Blick werfen auf diese Woche im Kalender, da kann man hier sehen, also heute sehr, sehr dünn, einige PMIs, also Einkommensmanager, INICs, aber nicht sonderlich herausragendes, gleiches gilt am Dienstag und dann ab Mittwoch wird es spannend. Da haben wir halt die FED, da haben wir die FOMC, wir werden natürlich noch all detail hier in den kommenden Tagen einen Blick drauf werfen. Ich kann jetzt schon mal vorweg nehmen, es wird 25 Baselpunkte Zinsanhebung geben, was viel interessanter sein wird, wird sein, was liefert die FED darüber hinausgehend. Wird die FED sagen, okay, das war es jetzt erstmal, also so konkret wird es jetzt nicht sagen, aber zumindestens mal, eventuell gibt sie Hinweise, die den Markt das interpretieren lassen. Dann würde man ja eigentlich sagen, wenn das das Ende des Zinsanhebungszyklus ist, ist das doch eigentlich bullisch, da bin ich mir dann nicht so sicher, da gilt es dann abzuwarten, wie der Markt da darauf reagiert. Was ich aber denke ist, dass das etwas wäre, wenn diese Rhetorik in diese Richtung ginge, was zum Beispiel für Gold bullisch wäre, wo wir eine sehr, sehr gute Chance hätten, dann über 1985 zu laufen und die Vorbereitungen zu treffen, entsprechend eine Attacke in den kommenden Wochen bis Monaten vielleicht auf die Allzeithochs zu sehen zu bekommen, mit einem Break höher auch tatsächlich, denn ein Zinssenkungszyklus oder beziehungsweise ein Ende, ein Pausieren und dann ein früher oder später eingeleiteter Zinssenkungszyklus, der war gemeinhin bekannt, in der Vergangenheit höchst bullisch zu sein. Ich habe dazu mal eine Grafik vorbereitet hier, die habe ich mal gebastelt gehabt mit der X-Station im Hintergrund und habe das überlagert mit den Leitzinsniveaus und was man hier erkennen kann im Falle von Gold ist, dass wir folgend auf ein Pausieren und dann ein Zinssenkungszyklus zurückgehen, zumindestens mal bis ins Jahr 2020, da fängt diese Grafik hier an, stark bullische Vorgaben gesehen haben. Hier unten im Zeitfenster, wir reden nicht von Tagen oder Wochen, sondern wir reden dann von 5 bis 6 Jahren, aber das könnte sein, dass wir vor solch einem sehr, sehr bullischen Zyklus in Gold jetzt stehen für die nächsten 5, 6 Jahre, sofern der Zinsanhebungszyklus zum Ende kommt. Da hat Gold zum Beispiel 170% performt, die gleiche Betrachtung machst du hier nochmal, folgend dann auf die Finanzkrise, scharfe Rücksetzer, da hat Gold 272% Aufschläge sehen, hier das letzte Mal Zinssenkungszyklus, das war ab 2018, beziehungsweise es war 2019, glaube ich, ab Juli, hat man die Zinssenkung auf den Weg gebracht, hat da auch nochmal 153% zugelegt. Tja, wenn wir hier mal so einen Durchschnitt ausrechnen, dann sehen wir, also Performance zwischen 150 bis 200% in den kommenden 5 Jahren wäre durchaus denkbar und dann kann man auch erkennen, wie solche fantastischen Kursziele meinerseits jedenfalls in meinen Betrachtung zustande kommen, von Gold-Notierung um 4, 5, 6.000 Dollar ungefähr, wenn sich hier die Geschichte nicht wiederholt, aber zumindest mal reimt in gewisser Form. Mal gucken, jetzt, ich überbewerte vielleicht dieses Juli-License-Meeting, welches wir zu sehen bekommen. Es ist auf jeden Fall etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollten, was vielleicht für den einen oder anderen auch längerfristig orientierten Gold-Anleger von Interesse sein könnte. Also, wie gesagt, Equities heute nicht wirklich spektakulär, Einzeltitel auch nicht sonderlich spektakulär, das dürfte Range gebunden sein, Tendenz eher aufwärtsdriftend, Impulse abwarten, dann auf die FED, aber spannend wird mit Sicherheit das, was wir in Gold zu sehen bekommen haben und hier die 1985er-Region. Soweit meinerseits, Rapid Trading. Passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen, habt euch wohl, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.